. Habt ihr schon mal ein Training abgebrochen? Es gibt Tage, wo du auf der Schwanze stehst und du sagst, okay, passt. Nach dem zweiten Sprung funktioniert es immer noch nicht oder nach dem dritten nicht. Es ist gescheiter, du lässt es jetzt gut sein, erarbeitet mit dem Trainer wieder neue Punkte, ein neues Konzept und machst es am nächsten Tag besser. Was ist eure Lieblingsmusik beim Trainieren? Ich denke, die Musik, die am Normaltag, die taugt einem beim Training auch. Dann warst du aber bei uns beim Training fast nie dabei. Ja, deswegen muss ich ja oft den Kopf rauf haben. Wenn ich halt der Anzeige nehme mit Musikgeschmack, dann ist es halt blöd für mich. Was ist der Moment, den ihr nie vergessen werdet? Olympiasieger wären mit drei guten Freunden und dann einer meiner besten Freunde. Das war, glaube ich, schon einer meiner schönsten Momente. Wollt ihr selbst mal Trainer werden? Ich weiß nicht, was wir sonst machen sollten. Nein, also es gibt viele Möglichkeiten, sich da gut einzubringen. Kann ich mir schon vorstellen, dass wir das vielleicht auch mal zu zweit machen. Kannst du euch das vorstellen, wenn wir zwei gerne Trainer wären? Noch nicht. Noch nicht. Ja. 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 Ja.